Das sind die ersten exklusiven Bilder aus dem Plenarsaal. Hier wird noch kräftig geklebt und gerollt für den großen Parteitag der CDU Deutschlands hier in Leipzig. Und natürlich ist CDU TV auch in diesem Jahr wieder dabei. Wir haben jede Menge spannende Geschichten. Wir blicken hinter die Kulissen dieses Parteitages und wir präsentieren Ihnen in diesem Jahr unser neues Format Expresso exklusiv auf Facebook und Twitter. In 90 Sekunden fassen wir für Sie die aktuellen Ereignisse dieses Parteitages zusammen. Das und mehr sehen Sie alles hier bei uns bei CDU TV. Wir freuen uns auf Sie.